Servus Mio Freude geht mit Miley Sunshine Ich habe die nächste Karte mit The Secret Giant Spider Ich habe schon mal geguckt, wenn die Anna Waldner lobt Anfangen sind ich halt ein bisschen Spocko Wir haben eine Serena Beach Ich bin in europäischen Nummern Und Pianta Village Pianta Village ist hier An der Röder Röhre du hast Serena Beach ist hier Für Serena Beach braucht man halt Yoshi, den du fortfugst Und zwar den du hast Und normalerweise Das Leitpad macht Für Serena Beach kommt wie Pianta Village Anfangen Ich weiß halt nicht genau Weyang Waldloy No Paco Fortuna So zu kommen Ich will nun das Serena Beach Gipfels Anfangen Ähm Ähm Ah Ich muss zu einem anderen Spangen Okay, dann machen wir noch ein bisschen Action Okay, dann machen wir noch ein bisschen Action Okay, dann ein bisschen Action heuer und ein kürzer Delfino Ähm Weil das kann man halt echt planen so. 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 Oh, der Goyashi. Die schreien mal die Napfe da unten. Da muss man die Weg so schicken. So. Und räumen. Wie eine Corona-Mountain. Ah ja, das ist die Sirene. Okay, dann... Magische Montas, Kapitel 1. Mal gucken, wie die... Ah, hier stand das Thema am Sonnenuntergang. Schick. Magische Montas. Okay. Das ist ja eine neue Musik, noch am Sonnenuntergang. Mann, das wird direkt Sparco Fortuna. Was? Super. Äh, magst du nun, dass die Map irgendwie Ultra klang? Äh, alles gut. Äh? Oh, Super-Movic. Ein einzigartiger Sonnenuntergang. Fantastisch. Super-Movic. Amamos, please. Ich hörte, dass dies ein wunderbares Hotel sei. Ich bin gespannt, wie mein Zimmer aussieht. Aber... Hä? 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 Oh, mein Urteil. Ah, I see. I see. Okay. Hey, was geht ab? Was soll der Unsinn? Bring's in Ordnung! Mach mit dir, sorry. Oh, sag mir, dass mein Autodrom vorbei ist. Rettest du mich? Ich weiß nicht warum, aber du siehst pehig aus. Hör zu. Alles hat am Mittag angefangen. Dieses Manta-Ding. Tauchte auf. Es war hochdünn, wie ein schwebender Schatten. Es bedeckte das Hotel-Fundament mit diesem Elektroschleim. Dann, oh nein, mein schönes Hotel, das arme Gebäude. Es ist in diesem Schleim versunken. Warum gerade ich? Das Personal räumt auf. Aber wo ist mein Hotel? Was soll ich tun? Ich kann mich doch nicht zurücklehnen und... Ah, es kommt zurück. Das Ende ist nahe und dann nimm etwas. What? Oh, no. Okay, von dem muss ich auch schon hören. Äh... Vielleicht ist es so... Oh, no. Uuuh, er läuft in der... Er läuft in dieser Mission, oh mein Gott. Okay, das ist ein Schatten, man. Das ist ein Ladekort. Was ist das denn? Oh, es gibt kein Damage. Okay, nein. Okay, ich kann Elektroschleim, aber die ist fort, man. Ähm, ich weiß halt nicht genau, wie ich dir soll übersiegen. Was? Dann geht es jetzt mit Wasser, teilt dieses Stech. Ah, nice. Hauer. Oh mein Gott, Mordet. Autsch. Aua, Aua, Aua. Aua, Aua, Aua. Als Teil so schon der Nöbzee life. Coins, Coins. Oh, Mord. Stump! Manche geht mir da und ich bin noch umgehütet. Jetzt ja, wenn sie dich gibt. Okay. Okay, kommen sie alle gleichzeit. Oh, okay. Okay. Oh, egal ob man sie nimmt, also Mini-Kränk spüren. Manche sie like hit, da sind sie cool. Oh, okay. Es hilft. Ich habe schon ein paar Kräser verschwunden, die Kräser einfach immer mehr gehen soll. Machst du nicht nur eine Intention? Das ist mir gleich. Nein! Verzü dich. Sie haben bereits ein Combo heute. Nein, was ist der Doth? Warum hast du schon lange nicht mehr gestuft? Der letzte Part. Und in der Part für Kontakte? Ich muss immer nicht soeben. Damn! Das ist doch schon... Die sind doch schon nachwäschbar. Ich fühle mich ein Gefühl, als sie mal umgetaucht sind, denn das hat einfach mit Wadda geöffnet. Ich weiß es nicht. Oh, Koppersere, mein Lieber. Das ist okay. So. So, fang eine Kundschaft. So, da, 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 da. Da, 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 da. Das ist so nervig, denn hierherum alles muss frisch geflogen. Boah, solange nicht mehr so groß ist, alle W-Shot-Touch machen wir doch. So, komm mal hin. So. 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 Ich bin wirklich so angry. Oh, das ist immer so viel in der Luft. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Nee. Oh, ich bin wirklich da. Okay. Oh, okay. Er war tot. Nice. Okay. Okay. Oh, das ist immer so klein. Wie war das? Wie war das in der Urteil? Das ist normal. Ich meine, das ist nicht in der Urteil, denn es war mehr in der Urteil. Das ist mehr in der Urteil. Das ist mehr in der Urteil. Und wie war das? Weil jeder für die Mitte gebraucht wird immer für den blöde Boss, Mann. Mebo. Cool. So. Wir gehen jetzt mal heran. Ciao. Lido Sirena. Das kann man nicht der Hotel lobby. Hm, okay. Okay, jetzt da muss man direkt rein. Was am Logischste wäre? So. Dann haben wir den Hotel geschockert. So, alles gespannt. Hey, Mario, wenn ich nicht irre. Genau, Mario. Hör zu, ich habe das Gefühl, dass du mir erneut helfen kannst. Nun, das Hotel ist voller Geister. Hm, vielleicht könntest du hier reinkommen. Bitte. Ich weiß, dass du ein Wunderheiler bist. Keine Bescheidenheit. Ah, ich fische, warte das. Oh mein Gott. Red. Hey. Weißt du, so schockest du hier jetzt. Ich glaube, wir müssen das dann irgendwie heruproxen. Oh, warte. Weißt du. 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 NURN! Okay, natürlich der ist real und der ist fake, okay. Oh man, ich fang ein bisschen Bullshit mehr rein. Ohhhh! Pst, uuuh! Okay, so. Ähm, kann ich halt nochmal... ...meh, wenn ich trappe hochgehen? Äh, oh man, ich verdauern die Coins, aber... ...und wir sehen. Okay, das ist auch kein Visible Wall. Okay, interessant. Muss ich geistern und alle Kille mich? Ich wisse, das ist ein Tracer. Ich wisse ja nicht, wie ich die Kille soll, hä? Ah, okay, schon sehen. Hast du und gesehen zu wissen? 2D-Section. Äh, ne. Okay. Falsch, halt die letzte Woche nicht die ganze Zeit gesungen. Das ist ein... ...nope. Flot-Section. Okay, was denn heißt hier und heißt... ...Ingfei vom Dumm. So. Elenblock. Man, das Gesang so easy aus. Oh, das ist... Oh. Das ist dumm. Puh, ne. Ich muss dann halt wieder den... ...abwohl ich muss den da wahrscheinlich schon als Höhle... äh... ...höhle ver... äh... ...zu springen... Fangen? Oh mein Gott, war der Knapp. War er auch am Fall? Mann, hast du einen großen Hitbox? Ich hab ihn zu spangen. Das war der Weg. Hallo? Hallo? Schreitig. Ah, okay, klar. Logisch. Ah, Mario. Mann, der Walljump. Hm. Oh, mach sie. Hallo? Oh, zack, zack, zack. Oh nee, was ist der Tote? Pain. Oh, egal. Mario, Mann, oh mein Gott. Ich bin mal Mario jetzt schuld. Müsst noch von den Idioten. Okay, gut. Hm, komisch. Das gefällt, Mann. Gefällt, Mann. Das ist... Hm? Okay, und da wäre doch auch Secret Trients safe. Die zwei Secret Trients pro World sind halt in der 3D-Section. Da muss ich eigentlich immer eine Ahnung oder so. Das muss man halt noch besser schauen. ... ... ... ... ... Und... Was ist denn so dumm? Das ist einfach... Ich kenne auch von den 3D-Sections. Das klingt einfach... Verdammt, da immer zu sterben. Außer die Anerkärer. Da war ich einfach gut. All die Anerkärer waren einfach so dumm. Das ist ein Sandblock, man. Ich habe mich sehr reteilt. Egal, du rutschst mir ja durch. So. So. Bisschen links, bisschen wird. So, links wird. Ein bisschen wartet kurz. Also, was ihr Bullshit mischt. Transpektiv ich. So. Einfach innocent rufsprungen. Nein. Oh nein. Die Sandblöcke. Das ist einfach wie ein Sandvogel. Das ist einfach ein Traum. Obwohl der nicht mal schwer war. Warte, ob wir nicht mehr schlafen. Nee. So. Die Sand verlebt halt viel mehr sehr. Spreng du. Nicht Spreng du. Und die Gegner hat bestimmt gesagt, so leid ich mir mischt. Die einfach mit mir rufgeboxt gehen. Die einfach mit mir rufgeboxt gehen. Ja, cool. Ja, cool. Ja, komm. Anscheinend machen wir noch. So. Lido Sirena. Hotel Delphineus Mysterio. Ich schrumpse rum, ich glaube. Vielleicht muss man so einen Bußhalter vor krämen. Auf dem Platz dort waren wir einen No-Flood-Sektion. Oder geht es nicht. Ja. Egal. Wir ignorieren den Apfel. So. Warte. Schau ran. Hallo. Ich fand nicht mehr blöd, dass du glasst dir das nicht zu besserer. Guck. Kann uns ob wir uns wieder zusammen versuchen. Mauer, du. Na, geschätzter Mario. Tritt bitte ein. Zögerst du etwa? Komm schon. Gib dir einen Ruck. Böö. Schick. Ja, schick. Das gab's. Ja, die Mission haben wir. Hotel Delphineus Mysterium. Dann wird er im Mysterium sind, I guess. Mal gucken wir mal, ob es mal im... ...Toyletz, die einfach alle abstehen. Rob, mal gucken. Oh. Oh. Da ist ja eh nicht dran, oder? Ja. Wie heißt es? Hier, hier, hier. Obwohl. Sieht so aus. Ich bin schalte Ruckern. Hä? Ich kann gleich... Ich kann wirklich Ruckern. Wenn ich so... Wird. ... ... ... ... Wird ausgesetzt. Wer ist froh? Oder so ein Öhn? Ne, 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 falsche Flotte. Nein! Ich meine, das liegt schon der Main-Deal von der ganzen Mabelsamkeit, der Titan. Das ist halt Serena Beach. Ja, das ist sowieso. Ich kann ja an die Rente ran. Woher ist denn die Option? Ich wollte nicht stehen. Sorry. Wo, wo, wo! Oh, Pac-Man! Hey man, stehen! Oh, verdammt. Okay, den du musst schuften. Ah, ich sehe, ob weiter da rausgeht. Das Labyrinth, also. Kon nennt das Mysterium Serial. Das ist ja falsche W. Wir müssen mal die Blue-Coin bauen. Ah, vielleicht finden sie dem nur wieder. So, Mama. Ich weiß nicht, ob das Liegel ist. Das wollte ich gerade mal vorher nicht mehr. Ja, ich habe da falsch gemacht. Du, 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 du. Öh, ich habe da nicht mehr. Oh, der Schampfertag hat gesagt, da brächt dich aus. Okay, ist... komisch. Mir wird erst kein Schwarzbeed ausgezeichnet. Ich hab's mal mehr. Zusammen mit dem Hotelzimmer. Ich schreibe überall hier Sprünge. Nee, komm schon. Das ist immer so ein Kollege. So mein Gott, das ist nicht schlecht. Diese Geister machen mir eine Menge Ärger. Sie sind überall. Warum kommt hier keiner mit einem Schreck weg? Das ist nicht. Ja, ich hab Schreck weg, weil das nicht dumm. Aber das war ja auch hier, wo wir jetzt weiterkommen. Ich bin halt gleich drin und heim. Ich kann das auch nicht mehr durch. Hm. Ich hab das Schreck wohl nicht richtig zu sehen. Äh, wir wollen hier mal aufgucken. Für den Rastfischer gerade auch nicht dumm. Wir wollen hier mal aufgucken. Alles so, 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 so. Oh, hier geht auf meinem Ruf. Hm. Wir sind halt auf meinem Toilett. Aha, okay. Ich weiß. Oh, ein paar Krügel werden schon durchgetragen. Dies geschmieren macht mich krank. Möchtest du wissen, was mich noch viel kränker macht? Der Gedanke, dass du hier reingekommen bist. Sorry, tut mir leid. Ich weiß nicht. Möchtest du nicht. Möchtest du nicht. Guck da den Urteil an, ne? Ist doch schon scheiße. Komm mal. Guckst du. Ja, warte. Okay, ich muss irgendwie vom Raum. Geh schon immer da hin. Oh. Screw you. Ich will immer da. Nein. Hey, du da. Ohne Baderkleidung darf niemand in den Puh. Nein, lass mich fahren. Mann. Äh, dieses Funkeln ist vielleicht eine Insignia in der Sonne? Ja, Mann. Andai, die haben mich zusammen geklaut. Okay, das... Okay, lass uns checken, die ganz... Ah, wir kommen schon hoch. Hallo? Wo war das? Hallo, hallo? Warte mal. Ah, Mann. Die sollen mich hochlassen. Hallo? Ah, voll, der hat überhaupt. Okay, der Tisch, der ist im Raum. Ah, der hat dann überhaupt... Was? Die sind schon hochkommen. Hä? Oh. Nee. Warte mal. Ey, wuhu. Hallo? Okay. Dann... Das gleich mal raus. Ich bin eh, ich bin eh... Und er wird versuchen, zu getrappern mit den Rats. Er muss nicht in der Knie rauskommen für den Rats. Was ist das für ein Level, Mann? Okay, aber das zählt sich halt nicht. Gerade dann weiß ich schon was. Irgendwas ist das für ein Funtool? Ja, das ist für ein Funtool. Ich glaube, ich bin gespannt. Hey, ich finde ihn. Ich kann ihn durch das Bild spannen. Will ich wissen? Ich weiß doch, dass ich selber habe. Ich verstehe den ganzen Kurs von dieser Mission. So, ich will mich schlazen. Oh shit, da ist es. Oh, okay, ich sehe... Ah, du kannst auch... Okay, du kannst direkt durch. Ich bleib nicht mehr in der Fall. Ich meine, ich verstehe mich. Oh. Oh. Warte einen Moment, wo kommst du her? Ich rufe nach Hilfe. Der Mann. So, los sind du. Einmal war ich so nicht gepackt. Oh, okay, ich komme an den Druck. Das wird sicher gewischt. Aha, das ist los. Oh, ich weiß nicht. Ähm... Ich kann Schaltrug. Ich habe gesehen, dass ich nicht schlafen habe. Einmal verloren. Okay. Das ist ein Urteil. Ich weiß doch nicht, ob ich wirklich schlafen muss. Ich meine... Du bist gescannt. To be honest. Oh, habe ich das Ding gemacht? Oh, das ist zu vieler. Oh, nein, da was. Oh, nein, da was. Ich weiß nicht, wie ich mir ein bisschen schlafen habe. Da ist diese Geheimdienung. Ich halte mich schon drin. Oh, so. Oh. 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 Ich warte vielleicht schon auf dem Meerwunsch mit anderen. Oh. 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 Ähm, hallo, das ist wieder raus. Da muss ich wegschalten in der Chase. Tschüss. Äh? Äh, sind wir uns in der Ocke gesperrt? Was? Ne, sind schnitt ne, so. Okay, boah, mal gesehen, was rum ist schon irgendwas vorne. Wow, okay, du kannst apparently dir auch mal nachvollziehen. Gut zu wissen. Äh, hallo, kommt schon mal hier? Hä? Ah, man, ich geh gerade mehr E-Zeit. Ah, was ist das da, Mann? Den Urteil aus Chopin. Wow, muss die despawnen einfach. Ich weiß halt, man nimmt mir grad, wie ich bei dem Typ war. Komm, wir sehen. Was ist das? Mensch, komm mal. Ja, heute sind schon mal weiterkommen. So. So. Hm. Hm. Wenn ich weiß, wo ist die Ananas halt hier, geht es mir so. Oh Mann. Boah, wenn ich dem Typ Ananas kenne und auch immer was passiert, dann na. Gehen wir es rein. So, loge sieh mal es heuer. Ähm, ja, wie sich rausstallt. Ich fahre nur die Yoshi sich in einem Typ Ananas zu bringen und bring. Nein, ich bin raus und wenn Yoshi, kannst du Buh sein. Also ich fahre das, ob das geht an. Ja, das geht. Ich hoffe, dass ihr Buh hat mich genannt, wenn sie gleich sterben. Ich meine, der Vnochnitz muss abpassen und Yoshi ist ja limitiert immerhin. Ich meine, der Vnochnitz so greedy heißen. Okay, du geh drauf, ich bin nach Koko, dass noch alles frei ist. Ja, ich meine, er weiß gar nicht, wo wir die Ankele erfahren haben. Dann steigert es sich wohl nicht. Ich will einfach mal schaden, um zu gerasten. Ich denke, wir haben hier noch einen anderen Weg. Das ist schon ein Fehler, wenn wir in der Einzelne zusammenhalten. Dann kommen wir raus von Yoshi. Ich bin so weit weg. Aber wo war das denn? Genau. Alter Mann. Aber 3 waren es. Das Wasserloch ist genau. Okay, komm ich dort noch. So. So. I summa das richten. Durch. Ah, ich versteh nicht, ich versteh mein Java ab, falls ich raus wollte. Oh no, Yoshi, bleib dich sofort. Ich versteh nicht, ich versteh nicht. Ich versteh nicht, aber gleich richtig. Ach, richtig. Wir sind schon... Ah, das stimmt. Ich bin schon ganz... Okay, das ist... Ah, wir treffen uns einfach bei der Scheunlohre. Okay, das ist eine richtige Schlachtluhr durchgestopft. Und, äh... Ja, endlich. Oh, Mann. Richtig. Egal, wir wollen uns scheuen. Da verziehen wir uns Laufen. Der Paar ist eigentlich lang genug. Ähm... Ja. Jetzt können wir mal was für genug gucken. Und wir sehen, dass die nichts mehr.